Der Turi ist da! Alles klar! Wenn es euch gefällt, vergesst nicht nen Follow da zu lassen. Und Kamu Mutare seh ich auch immer wieder gerne und besucht mich auf Twitch, Twitter oder auf meinem Discord. Also dann, machts gut, bis später! Hallihallo Hallöchen und willkommen zurück beim verrückten Vogel aus der Nachbarschaft. Obo Turi hier und ich sehe der Ray ist mir schon reingejoint. Ich habe nämlich gerade noch mal geschrieben. Zumindest, dass man jetzt joinet kann. Also ja, geht gleich weiter mit VRChat. Und ja, ich bin schon mal richtig gespannt. Ich habe schon ein Gefühl, ich glaube ich habe so 60 Gamewelten, die wir alle noch mal uns angucken müssen. Also da bin ich schon richtig gespannt, wie das wird. Gut, also dann. Und das verschluckt, ich schwöre. So, jetzt aber. Ich würde mal sagen, wir starten auch schon mal langsam alles. Aber noch ein bisschen Vorbereitung. Hey Ray, alles gut bei dir! So, machen wir schon. So. So, Alter, sie auch. Ah ja, der Ray. Der Ray. Der ist auch wahrscheinlich gerade am anmoderieren. Ja, 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 der Ray. Warte mal, wo bist du? Warte mal, da. Da hast du mal. Das wollte ich. Richtig hier, so. Wo ist es, wo bist du? Da, hier, hier genau. Das wollte ich. So. So. Da ist er. So. Wunderbar. Und dann bereite ich mich auch langsam mal vor. Also. Ah Gottchen. So, das kommt hier. Dann starten wir mal die Brille hoch. Oh Gott, schön gedrückt lassen. Wir fielen hier. Oh, geht an mein Freund. Yes. Und geht lang. So. Dann, das wollen wir nochmal hoch. Wollen wir ja nicht vergessen. Stopp hier rüber. Wunderbar, wunderbar. Oh, da sieht man doch schon mal. Aber wir starten schon mal die Zivilprogramme. Oh. Das schon mal an. Mal schon mal. Erst mit aktueller Grenze, bitte. Da. Da. Da kommt. Oh. Oh. So. Ich hab mit dem Rechner zusammen. Kling, 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 kling. Ding, bang, 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 bang. So. Jetzt ist es mit Rechner verbunden. Oh, da kann ich auch das Klicz mit Starpen. Und ich muss wahrscheinlich den Ray auch gleich noch mal Travel Lite so klein machen. Ich muss halt nur gucken, wenn dann andere noch reingekommenen, dann muss ich Avoid Deal.. sonst sind sie ihre fetten und wir machen was angenehm ja so sagen die maus erst mal ab meine rei und die maus einfach so und damit mal sagen starten wir auch den wie er stellt dann setze ich mir mal das ding und ich muss die brille noch einschalten wird es das wäre so unpassend weißt du ich die ganze zeit oben zu nehmen das kann ich ja nicht jetzt noch die hörchen auf da gucken sich auch meine uhrzeit auch gleich noch ob der chat auch ordentlich eingebunden ist aber auch mal gleich alles und dann gehen auch schon und ist der chat wunderbar ich sehe den chat gut und deutlich super ich muss nichts mehr weiter einstellen das ist geil doch genau ich bin so ein bisschen ausrichten ich habe festgestellt mit der brille zum beispiel cut out ist immer ein bisschen also jedenfalls ja wesentlich wesentlich weniger stressbedingte auf die augen was wollte ich noch ich höre ich höre nicht bis hinter mir oder du bist gerade im discord noch ok 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 alles klar ich habe mal schauen weil ich habe du warst du mich gerade ein bisschen leise fing ich gedacht herr stehst du zu viel mal schon hinter mir ich habe doch gar keine anfragen bekommen weißt du du bist gut okay ich bin jetzt erst mal schon drin bin jetzt gerade genau ich war bei mir auch noch einstellen mein spiegel noch einstellen genau das wollte ich nicht machen personal mirror auf aber manchmal ein bisschen beiseite wo es ich bin jetzt mal kurz überprüfen hier noch zu mir weiter irgendwie zeigte mich gerade nicht an warte mal augenblick ich muss also technische probleme wieder der moment spiegel zeigt mich ab jetzt gerade an aber ich wollte gegen meine umgebung ah jetzt jetzt weiß ich warum ich muss ich hatte den vom winkel als schlecht ausgerichtet deswegen ich habe den winkel verändert und dadurch habe ich sozusagen mich nicht selber im spiegel gesehen genau genau so ist es so soll es in ordnung sein beste und wieso warte mal stopp ich sie gerade noch was an so zeigt stehen wir schon wieder nicht an ob es das für ein blödsinn die game wurde der den irgendwie update kam ist die game overlay komplett am arsch das witzigste ist ich habe ja gerade eigentlich auch das game auf wie er steht umgeändert ich muss einfach ich habe es einmal rein und raus genommen und jetzt geht es wieder ich habe keine gestern das ist das neue update erstmal gezogen aber ja wenigsten aber ja gerne mich einfach anschreiben willst man auf immer wieder wechseln sollte ich weg wo gehst du denn ich meine wenn das overlay wieder weg ist auch immer vom game die brille richtig aufsetzen wenn ich nicht den ton von die an habe jedes wäre mein arme da jetzt ich bin schön twitch will durchgehen dass ich dir teile dass ich drei mutig schon bei dir dabei bin hier natürlich macht das macht hier weil ich muss genau ich wollte den spiegel noch ausstellen dass er dank für den follow ich muss jetzt mal gucken ach das war doch wegen drei monate war das genau genau wegen drei monate ich danke 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 ich bin der überrascht wie ich schnell drei mode vergangen sind die zeit die für seitdem wir angefangen habe zu streamen fühlt sich das so an als ob die zeit weg rennt ja ich habe das ist irre hätte ich nicht gedacht und wie gesagt ich habe ein bisschen so ein neues hobby für mich ich habe die brille immer noch nicht ich kann immer noch ein bisschen was bei der nase durch die spiegel bei dir sieht aus hättest du irgendwie so ein rp beim start vielleicht sollte ich runter machen oder ist es so in ordnung von der höhe her was meinst du jetzt mit spiegel oder ja das soll ich noch ein bisschen runter soll ich noch ein bisschen adjustieren oder was denkst du sollte gut sein eigentlich geht er ist einfach nur der wackelig der spiegel man sieht dich ja zwar man sieht der gesicht so irgendwie ist der spiegel ja oder ich ich warte mal das letzte mal hatte ich glaube ein bisschen weiter weg ne es ist ich glaube das liegt daran weil es wenn es will ist aber ich probiere mal ein bisschen kleinrader ein stück von mir weg zu machen weiter vielleicht wirkt das dann besser kontrollieren momentan überlegen was ich morgen machen will morgen hast du noch nicht da drinnen morgen bin ich ja mit dem danni zusammen aber vielleicht wird es aber warte mal dann muss ich ein stück weiter nach oben und wir müssen anpassen jetzt ist ja wieder mit zu nah heftig ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt öfters mal durch twitch durchgescrollt und da ist nie was passiert ich habe da öfters halt mal schon drauf geguckt und nö twitch hat da schon längst wahrscheinlich was rum irgendwas gesagt ja mal ich nehme ich mal an mit dem mutenden delice oder auger ich kann also ich gucke aber ich muss man nicht vorteil wo ich gerade jetzt ich habe irgendwo drauf gedrückt die aber hat nicht richtig ich bin mich jetzt erst mal in tc also bis gleich ja ich sehe dich von die riesen typ da ok weil man hier ist das ist mein mikro ich muss auf jeden fall ein kleines stück sollte ich zurück ganz ganz leicht kann ich ja ja schleicht dich von hinten an ich sehe dich die das durch den spiegel warum siehst du mich weil ich den spiegel anhatte trottel vergessen hier ist doch der spiegel ich bin mir da zwei wieso ist es ist ja genau sich richtig aber auch gott ja das erste stelle im kreis gedreht wo ich würde mal brauchen wollen wir mal gucken wegen warum beteiligen wir zu zweit sind wollen wir uns mal die klären maps so sind richtig geiler haben wir zu dabei alle verwachen wollen weil wegen dem unter wenige das ist besser genau deswegen jetzt können wir noch keine minigames machen weil zu zweit auf 162 welten habe ich was rappern befinden was für spiel weil ich habe vor dem dieser und poppy playtale müssen oder weiß ich ach das ist chapter zwei ich habe nicht mal chapter eins gespielt und das zeilen was hat er für den kompfeilen so bern und aus einem typischen output wie werde es zum singen gedachten das war uns das mal anschauen oder 1 bis 6 ist doch interessanter hat er die ich mich in die zucht da wo steht 160 hat sich den bieten soll ich mich trinken positionieren beträgt es noch ein bisschen doof lecker oh du 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 und das heil ja dunkel das füge jetzt mal Das muss ich mit der Schnappel 1 bis 6 Spiele Bin ich so groß? Bin ich so groß? Ich glaub ich bin auch nicht so groß Nee du bist größer Nee aber du sollst ja ungefähr so groß sein wie die scheiß Linie Komm mal da Bahamas Ah ne die ist groß Die ist klein Meine Buett die ist 1,65 das oder? Ja What? Selbst 1,65? Selbst 1,65 Selbst 1,65 Das ist so Du musst überlegen Die sind 2 Meter Aber selbst 1,65 Ist es wirklich gerade so Und es passt gerade so Oh ne Oh Ja Was mal Flashlight Performance Warten wir aber nicht mal Da muss mal Hier Klick hier to join the game Genau Wir müssen auf das Ding Und dann geht's noch los Let's go Klick 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 Uh Türchen Oh da Wait for a place to end up Komm Komm Erstmal mit der Tatschlampe Yes Wir haben einen schönen Zettel hier Oh was steht da so drauf? Äh lass mal unter der Lichtlampe Sonst wir es nicht Whoever reads this May God have mercy on your soul So This place has been Forsaken To the demons And I feel there will be no return Not for anyone I left the gatehouse key nearby You should find it lying on the Base of the statue Statue okay Warte an Oh ich kann nicht Ach klick Fetze Ach wait Die map hab ich schon mal gespielt Aber äh 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 Zumindest Die base map hab ich schon mal drauf Äh Hallo Hast du schon Schlüssel gesehen? Nö Äh Äh Bei der Statue Hat er ja gedacht Oh nice ey Guck mal Uh Knackass Aber guck mal Es sieht so aus als er den Kopf verdreht hat Das sind die Hände Er sieht auch wie Hedgy Er Hedgy Guck dir auch so traurig Karl Heinz Asylum Ja 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 Was gefunden wie dich Guck mal Oh gehalten Räusch du dich Witsch 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 Kylo ist verschlossen Ha Hab Ihr lacht was? Ja ihr lacht was kalt? Ich hö rach was? Äh... Ich hör' HooPER Fußstaffen?! Was? Je tia Ich krieg jetzt schon ü-si gänse haut verschlossen hier auch verschlossen auch zu auch zu also ich krieg jetzt nicht wer war das wäre schrecklich ja die du kleine wiese hatte er schreibt mich einfach eine halte aber schön dass die redschau ist alles gut mit dem party wenn du wie er stellt hast kannst du rein sollen das einzige problem ist wahrscheinlich wenn du jetzt werden solltest da wird die welt kaputt gehen aber du kannst mich theoretisch ich weiß gar nicht doch du warst du hast mich schon geändert politische docker schwengelgold richtig also nein ich hab da was gehört wir laufen kinder rum wir laufen kinder rum mann was wir laufen kinder rum mann kinder ja hier oben sitzen lange laufweiler drecksviecher das schlappen das schlappes marsch ich krieg ja ich muss nicht mal ausmachen was hast du selber musikern oder was wirklich wir sehen den schlüssel wahrscheinlich kann sich in der ecke verstecken wir müssen ist alles zu wir müssen den schlüssel unten finden oder ist ja aber können wir springen ja wir können springen die fische oder wie finden wir die schlüssel nicht ich bin auch richtig blind wir sind blind die fische so party wie jetzt doch das schwegelgold zu ihre diensten ja ich merke schon rein doch das schwegelgold wir sind blind ja was wo wie sollst du das sehen dass das sehen was war das hat sich irgendwas angezeigt für was das heißt wir dürfen jetzt alles wieder probieren ich habe keine was da fuck ist das ding da hinten äh oh nicht aus nicht aus nicht aus Ich habe keine Ahnung wie ich das überlebt habe. Das sieht ja nicht gebrüllend aus. Ich höre so ein Geräusch, guck so neben mir. Sie haben aber so zwei leuchten Augen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Sei es, sei es. Okay, ich muss das nicht mehr machen. Warte mal. Warte, ich mache gleich. Ich mache gleich. Ich mache gleich. Wir müssen ja auch Sport machen. Und Lumi, noch hast du die Chance reinzukommen? Wir sind noch am Anfang. Dann müssen wir die Welt nochmal neu starten. Du schaffst das. Warte mal. 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 Wo ist mein Stuhl? Warte mal. Oh. Ich muss mich da hinsetzen. Was? Tori, Tori. Ist das die Besser? Ist das die Besser? Hä? Oh Gott. Nee, geh weg! Vor allem nicht, dass das als Licht qualiziert und dass das Monster das erkennt. Ist schon wieder da, Mann. Ist schon wieder da, Mann. Oh, warte mal. Oh, wieso? Warte, ey. Oh, das ist weg. Wir müssen mal die... Alter, das ist weg, Mann. Das ist weg, Mann. Shit, guck. Huh? Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Boing, boing, boing! Oh, das ist nichts! Oh Gott, ich habe gerade Musik Mini. Also keep... Auf blöd rausgekommen! Da ist die krone. Ich bin nicht sicher. Hrate den. Er wird es nicht mehr an. Du bist nicht mehr so. Du bist nicht mehr an. wir sind hier im helden oder ist weg es ist immer noch da ich habe ich habe schon nicht mal leute aber ich weiß es nicht ihr liebes monster bitte bitte frisst tori nein 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 bin ich da ich bin ich da ich bin ich da ich glaube für mich 10 schlüssel nicht weil du den aufgesammelt hast die klicken oder hat er auf dem zettel aufgeschrieben welche türen es war immer runter ich guckte aber vielleicht steht aber das kann doch erst aber hier neben uns oder das ding hier neben uns oder wo monst der google monster go frisst diesen lecker ich gebe die sogar bbc doch geht aus ich wollte Schuss verkrabbeln, weißt du? Moin 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 Aber die Tür zu machen? Ich hab Probleme Ah das ist für dich! Oh Gott Kegel das ist ja genau das war ich sprach noch nicht das geil ist jedes mal wenn ich auf den chat gucke geht wir haben überall warte mal du hast probier einfach mal alles probieren aber es gibt bestimmt auch tipps glaube ich du hast viel unten wieder unterwegs ich hörs schon noch mal stampfen oh gott alter Licht aus Licht aus das blöde Westvieh warte blöde Westvieh das blöde Westvieh wie es uns anguckt entschuldige man geh weg geh weg ich guck mich genau an ich geh mal in die Ecke und kack mir ein die Taschenlampe die Taschenlampe das ist Bullshit mit der Taschenlampe das ist Bullshit mit der Taschenlampe ich glaube der Schlüssel ist direkt auf dem Asien Schlüssel schon gefunden ich steck mal das direkt in der Mitte oder? hä? komm satt nein siehst du aus? ich will mich nicht opfern Leute äh? ernst hallo äh wohnt meine Taschen oh hi Kumpel nein 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 was ging er ne 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 geh mal weg hä 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 oh Gott dein Ernst ich hab kein Licht Mann äh du? ich glaube mich nicht so an Mann ich hab keine Taschenlampe mehr oh Gott Augen also wie? also was passiert hier gerade? was soll da passiert hier was soll da passiert hier gerade war? ja Leute Jumpscare dem Tori dem gefällt das so sehr ja ja den kann ich mal am Arsch lecken Alter klein wie diese Schweine was ist das? was ist das für ein Scheiß Mann? äh ne der Tori ist nicht da Tori ist nicht zuhause wo ist mein mein fucking Tisch eigentlich? oh Gott ich bin schon sonst noch wie weit weg oh Gott jetzt bin ich irgendwo rüber entfernt oh Gott ja ähm ähm ein hau bau hau bau hau bau äh danke jetzt höre ich wenigstens nichts da kann mir auch nicht die Anker machen äh so wie dazu wuhu der Space Alter das war ein scheiß Necromow das war ein fucking Necromow man fucking Necromow Alter die Drecksbiester sind hier morg nö oh no äh oh Gott das hab ich eigentlich nichts gesehen ich hab ein Gewalt reingeleuchtet oh Schlüssel gell can't be opened alter man fuck my life oh 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 Keller Keller ich bin frei juhu ich bin frei 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 teleportiert ist was abgeht auf jeden fall ein schlüssel gefunden echt auf dem stuhl dann ja also musste ich da muss man ja ich weiß nicht wie was er ist wir uns gleich rausfinden ich gehe mal wieder ganz rüber und hofft euch was mir nicht das monster in die arme läuft tori witsch will und koppeln das ist frech guck mal gleich auf die c aber ich verkoppel dich gleich mit dem monster mann da hat er was zum knutschen oder war hat hier unten waren und hier ist hoch gibt es wieder geld augen mann ich muss ja um sein der raum öffnet sich nicht ich bin ganz in ihr schwein Ah! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, nein, ich stehe im Licht! Ich stehe im Licht! Jetzt bin ich tot! Drecks jemand! Das ist fucking Drecks jemand! Ja, er ist dich oder? habe ich gesehen, auch kacke, da war es auf mich. Let's go, Monster töte diesen Wochen und es ist auf Mittag. Nichts mit Mittag! Alter. Hier, Alter, ist man ins Waschbecken geguckt. Oh, oh, oh! Ey, geil, 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 geil. Fuck! Ey! Traut du mir einfach mein Schlüssel an? Ey, der wollte ich mir schnappen. Im Sitzen ist das besonders scheiße, da kommst du nicht so tief. Du müsstest dich stehend machen, aber da müsste ich komplett experimentieren mit der Webcam. Müsste ich die komplett anders machen. Sonst würde es wahrscheinlich immer diese Linksbewegung aufnehmen. Wollen wir gleich hier unten? Hier drüben werden wir weiter gucken. Wapp, wapp, wapp! Schrei mir nicht an! Ey, das gibt's ja nicht! Die Typen wollen echt, dass ich tot wäre. Ihr klein wiesen Pissi! Ach Gott! Du brauchst doch nicht! Oh, hier, hier, hier! Hm, geile Leute! Oh, geile! Oh, was haben wir hier? Ein Zettel! Kann ich den nehmen? Nee. Ein Zettel kann man nicht nehmen. Eigentlich schon. Aber ich will gleich, du musst die Taschen abbefallen lassen. Hä? Echt? Oh, nee, auch nicht. Nicht nur unten. Hilfe, wollte ich sagen. Nee, nee, nicht nur unten. Nee, 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 nee. Kann ich nur so nicht lesen. Was Feines? Gebratene Woche schmeckt halt besser als lebendige Woche. Gebratene, Alter. Kannst du mich mal richtig beziehungsweise. Ich hätte aber gar nichts. Licht aus, Licht aus, Licht aus! Was? Wer ist Monster Stockel Ray? Hahahaha! 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 Alter, ich kann nicht mehr! Was? Monster Stockel Ray! Schmeckt. Alter, gebrotener Fugel. Schmeckt besser als lebendiger Fugel. Hey, 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 hey. Hey Ray! Hast du viel abgehängt? Gibt's. Ja. Den Schlüssel hast du, den hast du noch nicht gefunden. Ah, ich hab' gefunden. Wo, 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 wo. Ich hab's gefunden. Hier drinnen? Ach, da. Warte, bin ich mal als Fugel. Oh Gott, wie viel. Jetzt. Ja, ja. Ich komm ran. Ja, ich bin schön. Ich hab' mich abwärmen. Richtig gut. Hm! Alter, mach doch hier nicht so ein Kuschko. Erstmal die Kackgeräusche, ey. Nee, auch nicht. Äh. Äh! Alter! Quark mich hier nicht so an. In die Raum waren wir schon. Ey, der miese Typ, ey. Ah, meine Bitte. Ja, ja. Du kannst mich mal kurz weisen. Ah, Licht aus. Ah, bitte, Mann. Wochel, 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 Wochel. Nehm, nehm. Den blemhy, nehm, nehm. Hat 6 Jahre angefangen. Nehm, diese Kino angefangen. Huuuuhu. Alter думаю. Meintest du so welche Kinder? Meintest du so welche Kinder? Also die Kinder, die jetzt hier so rum rennen, fandst du nicht gut. Hier ist개를 vorbei gelaufen. Er ist in 저environität nicht vorbei gelaufen. Ja, ja. Komm mal gerne mal wieder. Und hier warucha Türe, die hab ich eigentlich es geschafft. Ist auch was. und wo ist es das hast du gelegt ein goldenes Ei WTF? Ich kann aber in die nächste Seite gucken Schau mal rein weil du so fett bist Also hier ist nix Oh Gott Ich habe es gefunden und wieder Oh Gott Komm hier oben Der Loot Finger Komm her Guck mal hier oben hin Wieso hast du den Scheiß finden? Alter das ist Aber das ist gut Nur wie ich das finde Perfekt auf deiner Augenhöhe oder? Kann das sein? Was machen meine Augen? Ja ich höre stampfen Der ist über uns oder? Alter schmacht mich nicht an Geh nochmal in den Keller Vielleicht kann man in den Keller irgendwas machen Oh das funkt Was machst du in den Keller? Hm lecker Blut Ah War sogar richtig Vogelkäfig ist der für mich Was? Ja das habe ich schon gesehen man Ich habe doch gesagt gerade guck dir mal ein Vogelkäfig Oh Warte mal Bei der alten Nab Konntest du die Dinger hier aufmachen Hey Hast du was gesehen? Ne Wo bist nix? Gar nix? Hier ist nix Kannst du die Dinger auch nicht aufmachen? Ich habe wieder gefunden Pfff alter Im Waschbecken diesmal oder was? Ja auf dem Waschbecken Auf dem Waschbecken Nicht aus Nicht aus Nicht aus Und das ist ja oben Für uns Gibt es eigentlich Hide and Seek in die Arsch? Ja wo gibt es? Gibt es Also gibt es Engie Es gibt Können wir auf jeden Fall auch noch machen Ja können wir auf jeden Fall auch noch machen Oh Gott ich werde schon wieder poppen Da drin wirst du deine letzten Tage verbringen als Gochel im Käfig Ey als Gochel im Käfig Die sagen ich bin ein Gochel im Käfig für meine letzten Tage Wir müssen auf jeden Fall wieder hoch Hier unten ist auf jeden Fall noch eh eine Tür zu machen Ich werde stampfen Ich will ja nicht hoch Der ist gerade genau hier Der ist gerade genau hier Sorry, sorry, sorry Daddy's first Ne da war er gerade Ich bin doch nicht blöd man Ich habe die Füße gesehen Ich bin ja die stinke Füße Kommt längst los Du bist die Lady Mach die vor Nein, leider nicht Alter Niemand Ja Ich gebe dein Licht mal Der Lichtzeug Ich nehme dir mal ein bisschen Licht Ist er weg Ist er weg Nein 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 Nicht hier Nicht hier Nicht hier Nicht hier Oh oh Der Typ Der Typ Der Typ Er ist mit dem Keller spazieren Ich habe mich frei Auf der Bühne Auf der Bühne Auf der Bühne Auf der Bühne Was ist das? Oh gut Oh hier, ein Zettel Was ist das? Ich bin ein Zettel Ich bin ein Zettel Ein Zettel Aber ich bin ein Zettel Das ist ein Zettel Das ist das Zettel Das ist das Zettel Also Okay Also Meine Zettel Ok kommt ist halt nicht ob die welt zerbricht wenn er mir ein schuld ist das einzigste problem aber sonst gerne ich habe schlüssel aber ja wie gesagt wir wissen ja nicht ob jetzt der hatte den schlüssel theoretisch auch nicht licht aus licht aus licht aus ja so du warst was zu hell erleuchtet Alter nee, mach doch nicht so einen Scheiß, Alter das wiese Mistvieh, Alter, warte hier, hallo, 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 das liegt jetzt oben, das liegt jetzt oben, wieviel da ist grad rum, wir müssen hoch ne, wir haben wir unten alles abgecheckt schon, ich hab es weg, wir müssen hoch wo der Monster ist, ich hab es weg, ist despawned glaube ich, soviel dazu, soviel dazu, soviel dazu, soviel dazu, soviel dazu, soviel dazu, Tori, ich glaube, der streamt hat nen Standbild, hä, was, echt, warte, äh, warte mal, ich guck mal eben, hä, nö, eigentlich nicht, also bei mir läuft's, was, Sinn, nö, also bei mir läuft's, ich weiß nicht, was du hast, mir zeigt's an, wer los, auf OBS, OBS ist auch alles in Ordnung, oder will er mich jetzt, Jumpscan, der Party, ich bin zu blöd, ja, aber wie mir läuft's, also, auf meiner Ende ist es, es gibt's keine Probleme, warte, jetzt lachen die Kinder mich schon wieder aussehen, warte mal, wir müssen, hier hatten wir schon, aber hier ist eine Tür, stop, das ist, hier, hier hier, hier hier, hier, ja ja wie gesagt ich kann einfach rein ich weiß ja das problem hat nicht ob die art und die map zerbricht die welt das 1 ist ja nicht bemerkt dass ein ding neben alles gut story es ist mein browser weil der stream nun grün ist uns die twitch seite ist nicht mehr links in der lila wie gesagt bei mir auch erst wenn ich ernst sie hat so viel mit reingebracht hast du mal befasst es ist wie bei mir läuft alles ich habe mich nicht so an so ich darf man ich bin einfach hier in der ecke man sagt bei mir bei mir läuft so ist dein browser okay das heißt ich bin auch betonen hier extra tun aus das 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 drecks wie das drecks kettbein surprise my browser ist mal wieder am bugendrecksbrowser der drecksbrowser alter lehmann ich hab meine taschenlappe losgelassen die tür kacke kacke warte ich muss charakter wechseln die rettung die auf meiner bausette Ich hab meine Taschenlaube wieder gefüllt. So jetzt können wir weiter machen. Oh Gott, das Dreckskind! Das Dreckskind, Mann! Das fucking Dreckskind, Mann! Ich hasse Kinder! Der ist schon offen? Die waren wir schon. Oh Gott, die ist der Eter! Deine Mami, das war das! Oh Gott! Guck mal, diese kleinen Kinderfüße! Ray, wo bist du? Ah, ich hab's, ich hab's! Ich hab's gefunden! Guck mal, der Ray ist! Aha, du hast also Kinder, ja, ne? Zumindest solche Kinder, die müssen ständig auf die Sante gehen! Oh Gott, oh Gott! Nee, aber ich bin echt gut mit Kindern, so ist es nicht, ne? Das würde ich auch mit der kleinen Schwester von meinem Mund nicht so gut sagen. Aber ekelige Poppenkinder, ne? Die Drecksviecher! Wenn sie meine sind, weißt du? Wenn sie meine sind, können sie mir gestohlen bleiben. Schlüssel, Mann! Lass sie klopfen! Spielur drin, oder was? Startprojektor! Oh, hey, guck mal! Wir sind nicht alleine! Komm, wir sitzen uns mit! Oh, wie findet ihr den Film? Äh... Wie gut? An der Decke? So eine fucking Decke, oder was? Oh? 3, 2, 1? Hä? Hallo? Ey! Ey! Gib mir die Schüssel! Gib mir die Schüssel! Ey! Oma! Mach dich weg! Oh, hast du die Schüssel nicht gehört? Ey! Gib! 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 Du bist da! Gib! Direkt in der... Das wäre überhaupt... Ey! Wir sind wirklich noch in der Welt! Warum tut das heilen? Ja! Ist noch da! Der ist noch da! Hä? Gra... Verwurt! Mega Verwurt! Bitte lach mir das so! Hallo? Hä? Ähm... Krabbelkrabbelkrabbel! Hä? Hä? Ich bin verwurt! Ich bin richtig verwurt! Ich bin ja nicht anders, hä? Ja! War im Rollstuhl, hat den Schlüssel geklaut! Ja, das Ding... Psst! Warte mal! Apropos... War nicht unten ein Rollstuhl? Wait, 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 wait... War hier nicht ein Rollstuhl? Nicht das... Nö! Ist es nicht! Äh... Hat gerade jemand einen Fernseher gemacht? Muss ein Wayne? Hey! Mit Blahnmann! Wolffeil am klackern, ey! Die Typen sitzen hier genüsslich! Ganz ohne Popcorn, ohne Cola! Was ist denn das für ein Kino? Hey! Hedda! Stop! 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 Ja! Ja! Oder muss ich so ein komisches Kind fangen, oder was? Keine Ahnung! Hey! Wo bist du? Stop! Ja, das denke ich mir auch gerade! Das denke ich mir auch gerade! Das denke ich mir auch gerade! Das ist ja... Wir machen mal eine Hand! Hä? Die Oma fehlt eine Hand! Oma klebt an der Decke... Und das eiskalte Händchen? Greift sich die tränen in den Schlüssel, oder was? Ehhh! Die Oma! Die Oma ist wild, man! hey wo bist du hey ich bin hier hey hey hallo hallo scheiß warte mal, die Taschenlampe ist hier? die Taschenlampe hallo, könnt ihr mich hören? willkommen, ich kann dich hören le crash oder was war los? nein, le tot du bist komplett nur einmal wenn du einmal von den Monstern erwischt wirst, wirst du instant eliminiert du bist jetzt wieder am Anfang oder was? nein, du bist in deinem Spectator, du kannst nur zugucken oder eine neue Welt erstellen dann hast du eventuell, ja, dann wollen wir eine neue Welt machen? können wir machen Henshi wollte doch eh rennen, sonst ist das so kacke, wenn er ewig wartet ich habe jetzt auch gar keinen Plan, was ich machen soll, hast du ja das gesehen, oder? mit dem Kino-Ding ich habe aber gesehen, wie du dich jetzt nach dem Hotel gelaufen bist ich sehe ja, mit der Taschenlampe sehe ich, wo du bist ok na, was haben wir noch? Hotel Horror, nee, das ist hier mit dem PvP nein, und da waren wir ja gerade Monopoly Shadows 3-6 du hast Plattform fix of the mystery of find or a rich horror game collectible game ja, klar warte mal, dann hör ich mal vor mich lade dich einfach mit dem ja vielleicht da 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 driefst die drei das je trab an eu dann da weich gar nicht an das sogar und effekt ist das ich bin so allein collect them all time limit aber das können wir opten von ein lück vorgängig das das ist doch mal aber nicht wenn du bock hast du kannst auch reinkommen hätte ich gar nicht online weil die einladen kommt kommt jetzt ja endlich war hier drin gerade in das gott okay da muss ich mal kontrollieren online ist ich muss mal kontrollieren ob das bildschirm das ich hatte ja erst kleiner gemacht hat doch so die sollten ordnung sein von der größe so ein bisschen größer machen nur kurz was trinken inzwischen zeit aber alter ich weiß nicht ob du das mitgekriegt hast wirklich so übelst gekreischt habe dass so eine dreckspuppe in mich reingeraten die hat und die hat mein bein gehandelt so du konntest in spektaklern muss nur zugucken nicht mit okay aber alter die taschenlampe waren die kamera für mich ich konnte jede taschenlampe beobachten so eine dreckspuppe kam ich genau auf mich zu ich dachte einfach ich bin rückwärts gelaufen und die puppe ist mir direkt hinterher gelaufen also spielst du gerade pokémon das neue? und wie ist es so? also der party sagt das neue pokémon geben ist geiler scheiß das ist doch geil wenn es dir gefällt das und das einzige problem ist halt wie gesagt ich weiß halt nicht ob ich auf mich selber noch mal bock habe an die pokémon teile ranzugehen blickt er sich erst mal voll geil hinter mir ich bin anders so ein lächeln wo bist du denn da bist jetzt ein teil vom rohr warte mal guck mal ob der henshi jetzt schon zu sehen ist nein der henshi ist immer noch nicht zu sehen ich kann mich auch noch mal ich kann mich auch noch mal ich kann mich auch hundertprozent außerhalb der map box tschüss so da kommt torri wagen ich hren und werde brutal abgeschlachtet muss ja ich werde dich geschlachtet ich bin ja hier der schlechte schlechter tschüss ich bin ich bin ich bin das heißt dazu da stecken wir von euch siehst du da kann ich dazwischen jetzt ich habe ein sieg wird sieg ich spreche mal bei den sieg welt wo der bock aber speichern halten sie ein sie auf war es gibt so viele halten sieg bahn hier heitens das pico hat irgendwie auf morgen was halten sie wir halten sie gibt es zu viel das gibt es noch einig ich habe ein paar gespräch ja abgesehen davon dass zwei minuten später auf die nachricht reagiert alles gut knapp oder so ich musste immer ein faunt alert abspielen damit der drauf reagiert was wie bei mir was was ich habe gesagt im heutigen stream bei und tori so wollen wir weitermachen weil pari will wie es aussieht nicht mitmachen also party traust du dich nicht mit in den horrorbilden zu kommen kleiner schisser ich weiß ja nicht was du hast was hat er hinter seinem kopf hast du ihn wieder angekriegt hast du ihn wieder angekriegt jetzt wechselt er auch noch dafür aber das steht glaube die da ist ich glaube blood moon was hier steht da auf dem kopf was haben wir noch so 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 new gameplay approach für äh ne wir sind keine new ambience gamesupport applikar ja zige du hast das auch nicht so oh wie willst du schiss was bist du denn wie willst du schiss so das ist doch äh äh zarkto und nicht von anderen tagen was war das so da folger da folger wie hieß der nummer der welcher rune genau tätsum welcher rune wo kann man die musik leiser stellen bei mir ist die eigentlich angenehm das ist jetzt nicht so krass laut optimal avatar hey ich bin optimal ja ich bin optimal aber da guck mal ja was ist das denn guck dir mal die buttcheeks an ja und das schwänz hier dazu das ganze support hey kann es aber in den einstellungen nicht ändern ich hab das die welt musik müssen zusammenhängen von den welten selber sage ich auf 70 prozent ich komme die gleich mit auch kommen die gleich nach hause und braten aus dir das will ich sehen dass du bei wirst du hast du meinen hässlichen sohn kannst du mal sehen hast du schon mal spiegel angeguckt warte 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 oh gott osterhase der osterhase liegt los an da 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 und man mal keine ahnung Ok, dann nehme ich die Musik, die nicht kompireist ist, Enschiko. Fangen wir das. Soll ich eigentlich durchlaufen? Oh Gott! Oder willst du lieber was haben? Kann man eigentlich... Oh Gott, das geht um Starten! Ich muss ja sagen, wo Starten hier? Der dreht durch, Alter. Hier, hier steht Starting Game. Äh, ooo, da, äh, Starting Game, okay, okay. Mit C. Sack ist... Äh, ne, bei mir zu... Naja, bei mir zu... Du only have one chance before the shadows take. Ne, just for light. In a temporary shelter. Uh, okay. Du kannst sogar, äh... Was zum Geier habt ihr genommen? Alter, was macht ihr denn? Kommt, wir wollen starten. Confirm one. Komm, wir sind zu... Wir hier, äh, confirm musst du. Durch Rehraut, die EP von dir weiß ich ja ungefähr, wo du hochst du aus Rufzeichen 6. Spielkarte Kreuz, MX, lächelndes Gesicht. Lächelndes Gesicht, also, confirm button. Drück. Drück auf den Button hier. Ich hab schon, ich hab schon. Drück auf den Button. Hallo, Hedgy. Hedgy, drück! Der hat eine Unterhose. Er braucht die Nummer eine Unterhose. Drück, Hedgy! Er hat keine. Press the button. Drück! Drück! Der steht auf der 2. Nein, du musst nicht confirm... Nein! Hedgy hat aber die Züge zu gar nicht. Ich fass natürlich. Hedgy, drück auf das Confirm mal. Hedgy? Alter, ey... Hey, guck mal, eine Taschenlappe! Gibt's dir gut, Wayne? Meine! Ich hab dir ruhig jetzt nur drei Taschenlappen, ne? Ich kann sie nicht klauen. Ich kann sie nicht klauen. Hedgy, guck mal, eine Taschenlappe! Hedgy, guck mal, eine Taschenlappe! Warte mal, ist da noch eine Taschenlappe? Irgendwo müssen noch Taschenlappen rumliegen. Wir sind blind, blind, blind... Ach, was? Äh... Oh Gott, was? Alter, schreib mir nicht an! Arsch! Oh, die Lichter sind an! Lichter sind an! Lichter sind an! Oh, geil! Geil, wir sehen was! Die Taschenlappe ist für den Arsch! Die Taschenlappe ist voll im Arsch! Äh... Blau! Blaues Licht! Blaues Licht! Was macht es? Es leuchtet blau! Mein Telefon! Und was sagt's? Äh... Mit Leichen? Was ist nicht das? Was macht es? Was macht es? Was macht es? Oh... Du wirst doch auf den Fabrik! Hörst du bitte! Das ist ein frisches Reelks, oder? Ihr auf Fußwold! Ihr seid für mich nur Fußwold! Ich komme gleich hoch! Ja, Copyright wirklich vor der Wind! Hey, Guda! Guda Guda! Oh, hier ist mehr! Hey, was liegt denn hier rum? Was bist du? Oh, beim... Oh, ich weiß wer das ist! Deine Freundin? Äh, nee... Irgendein... Der... Hey! Das kannst du denn anders! Was? Ich dachte erst mal, gib mir einen Knutscher, Alter! Ja... Das sieht schon bei jedem so fülle aus! Da wird der... Ja... Der wird immer so fülle... Ja... Der wird immer so fülle... Oh... Oh... Irgendwas... Taschler bis zum Arsch! Ja? Wir lachen! Wir lachen! Wir lachen! Blululululululululululululul! Blululululululululululul... Nein. Ich verbinde da hinten, ne... No, ey, o, gott! Hier muss doch irgendwo was sein. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir müssen wieder noch weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Das war die erste Notiz da hinten. Links zur zweiten. Da muss ich hier vielleicht... Was ist das? Eine 9. Guck mal, das ist eine Zahl. Das ist eine 9. Ja? Ich bin mal kein Ruck dabei. Aber... Nee, die... Ich bin mal eine 9. Aber was hier? Aber doch, irgendwie. Henshi kriegt gar nichts außer ein Stück Erde. Genau, Erde. Buddy hat gerade gesagt, du kriegst nur ein Stück Erde. Oh, Schraudel. Ja, da war er. Das ist hier zu mir. Dann noch mal reinhören. Mal zuhören. Hi, es ist Moss. I'm sorry that you haven't heard much from me. There were a lot of things I had to take care of. Oh? Don't worry. I'm having little breaks. Kleine Pause. Like this one. Jetzt. Okay. How's Tim? Does he still remember his older sister? Okay. Yes, he's on. I hope you and dad are doing well. I hope you and dad are doing well. It's lonely here. I hope you and dad are doing well. Wait a minute. I love you. Okay. Was war's? Kenetweiss? Das ist die Olle wahrscheinlich. Wir haben nur den Neuen. Hilfe, ich sehe nichts. Hi. Oh ey, was ist das? Das Licht, ey. Sophie, der Charakter hat mich so viel gekostet. Ja. Den ich grad benutze. In Kentsch. Fünftel Euro. Das geht ja noch. Geh weg mit deinem Licht, Anna. Boah. Da war noch eine... Ihr habt mich verlassen. Ich war einfach der Google-Eight. Da war auch eine Neuen drin, aber... Du bist auch klein. So kleiner sich. Hä? Kleiner Twerk. Weißt du was, warte mal kurz. Wie geht's? Hier, mal mit der Taschenlampe. Moins, moins, moins. Moins, moins, moins. Zu spät. Hallo, gewechselt. So. Ich sehe meinen Arm. Mein Arm? Was für eine Vision von Waddy war's? Ja, aber ich... Ich hab ne Taschenlampe für mich selber. Die fucked up. Ja, vor allem, weil wir so blöd sind. Ja, aber ich hab ne Taschenlampe so hell wie das. Siehst du irgendwas? Echt? Nein, siehst du noch irgendwas? Wir haben ne neun gefunden. Ne ne fucking neun. Das war's. Da die Leiche. Weiter, oder geht's auch nicht weiter? Boki? Leute! Ah! Ah! Hilfe! Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Geht's weiter. Das war ne fuck... Ich war normal gezahlt, hab ich schon. Und ich hab's knurrenhören. Ich hab irgendwas knurrenhören, mein... Aber nur weil alles doppelt war. Wie jetzt? Ich hab die Tür jetzt geöffnet hier. Ob ich rein pain... Ey, äh, hier. Soll ich dir mal zeigen, was wir vor allem übersehen haben? Guck mal, da. Was? Da. Da. Du, du hast ne fucking remote. Und der hat die Tür aufgemacht, hier. Oh, a day. Das ist traurig. Ich brauch's. Das ist ein sehr gutes ihm. Hier ist auch ne Taschenlampe. Hier ist auch ne Taschenlampe, by the way. Ja. Das wollen wir erst mal sehen. Das wollen wir erst mal sehen, Yenchi. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob hier noch mehr aufgegangen ist. Mehr aufgegangen? Warte mal an! Lass die Fasmo-Oma zu Hause, Mann! Fasmo-Oma. Da ist ja wieder drüben was in dem Raum. Oder nicht, dass wir da in den Raum jetzt weiter müssen, dann irgendwas wieder überzählen. Ey, das ist ja besonders gut für uns Blinde. Oh Gott, jetzt geht's los. Da sehe ich ja noch weniger. Siehst du aus? Siehst du aus, Mann! Was? Ja, aber vielleicht immer sehen wir was. Wir haben noch eben so die anderen Scheiß auch rübersehen. Fällt, Mann. Oh, ich muss noch nasekratzen. Soll ich mal über die Map gehen? Soll ich mal über die Map gehen und gucken, wo wir hin müssen? Da beziehst du die Schlüssel-Items da auch nicht. Also ich bin ganz raus, bei Gen. Was fällt, Mann? Fass mich hoch. Ja, ich fand's halt, weil das mal lustig ist. Was ist hier auch durch? Nein, das ist der BOTW. BOTW, was? Ich hab' die Idee, wie wir verfinden. Ja? Ja? Aber dem brauche ich halt für mein Team, dann wäre mein Team sogar ultra stark. Ultra. Ultra. Flatter, Flatter, Flieg und Sieg! Flatter, 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 Flatter-Gamer. Ich werde 키 Given nicht. Mitíd Sweater und siegieren haben wird nicht am Ende months murdered. Aber wo giltituugar? anfangen das ist der anfang ja weil wir haben auch nirgendwo irgendwie was wo war ein keycard eingeben können also ich bin ja mega verwirrt auch richtig fragezeichen ultra verwogen geachtet hat ich würde sagen bei der tasche haben muss dann irgendwas sein was das schädel am schädel gefunden also die schädel siehst du nicht mal das war so leute es gibt zehn es gibt zehn schädel nicht nur nun keine sorge da habt ihr was was mit doppi so wie kann ich mal oder oh gott kommt leute kam er ist es weg ist es weg fucking lüftung schacht muss an ok jetzt weiter jetzt will ich ja ich weiß auch noch nicht gerade durch zufall weil ich die hand gestreckt haben es gibt ziemlich nach unten wobei der henshi bleibt henshi komm los 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 und abwärts hallo mama ich bin gerade in meiner küche und dann hinter uns ist die tür zugegangen hinter uns ist gerade die tür zugegangen was kochst du angel herrn die türen gehen der ganze zeit auf und zu oder ha 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 oh Gott Hilfe wird eingeschmpt irgendwas knurren ja ich auch wo lang Momentan nix ihr habt mir nur rot Alter das knurrt das wie dann denk ich nur an dich hier 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 nein das ist nicht da hier sind wir runtergefallen hier sind wir runtergefallen ok das ding sieht so aus als könnte das ist eine kiste hier 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 ich habe es gerade gesehen die ist gerade aufgegangen gerade hier wie kannst du bitte was anderes sein du bist komplett schwarz du bist gefühlt nur ein Schatten na ja ich bin ja auch ein Schatten ja ich merke schon hier ist nix oder sieht so aus als wäre hier was drin leuchtende 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 dunkel oh Gott oh Gott oh Gott hier hinter dir was bewegt sich als nächstes 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 oh Gott hier was zum abspielen ich bin heute natürlich ist das ultra lecker was shh 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 ich hatte nur key es ist gut oh Gott wir wollen mir einfach einen Trip in den Kopf nicht dass wir jetzt zuhören müssen nein ich stehe oh nein richtige Reihenfolge wir müssen uns die richtige Reihenfolge merken quick fix quick fix 1 2 3 5 4 5 4 5 4 3 4 6 1 5 3 6 1 5 6 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 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 13 14 14 15 15 20 15 1 2 3 5 und 4 mehrere hier soll eine 1 und 2 ist 1 und 2 2 dann 3 3 5 und 4 jetzt kannst du gar nicht klicken oder hat es gar nicht anklicken ich kann es gar nicht anklicken ja ich weiß ich weiß hier noch was es ist hier noch mehr versteckt ich glaube es ist nichts weiter ist DECKS DECKS ich kriege auch kein Input wenn ich aufklick oder so Bisschen! Wie kann jetzt so ein D customers machen? 4 4 Ja, höre auf, fast! Ja, wir müssen die anderen 3 Oh Gott ich habe schweres Knut Knut im Dunkeln Sorry wir müssen direkt Tür öffnen Ja, ja ich weiß 1, 2 im anderen raum haben wir noch mehr ich würde das schlapp hier lassen gelb sucht so viel zu licht ab sucht erst 3 4 5 6 jetzt müssen wir auf das zweite achten hier in each room controlled by certain ship sectors eras being transferred to some would be automatic while others might be discretionary make sure to remember the correct order avoiding any possible mistakes every machine is operated manually when it comes to changing basic functions or requires a quick fix first sector one two three five four again one two three three four six one five 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 5, ja. Wo ist die 1? So, 5 bitte. Access to the storage chamber is only allowed for authorizing... Warte mal, die 5 nicht rein. Ja, hat und wird und wird. Gut, gut, gut. Wieder auf! Äh... So, ich hab das Ding mal. Och, ich komm gar nicht mehr. Sollte man sich das... Oh, hier, hier, hier. 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Oh, hier, hier, hier. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 4, 5, 6. Hier unten, hier unten, hier unten, hier unten. Hier unten, okay, warte mal. Start mal. Jetzt wird's lustig, eh. Noch mal zuhören, weil... Wir müssen auf 2, 3 warten. Auf die 3 jetzt. Human comfort can extend beyond this range. by fo fo on la?! Blablablablablablabl... Blablablablablablablabla Blablablablablablablablabla Unbelievable! Blablabboom up. What is the problem with your washing hours? They're from scratch... That's horrible too long. Guck mal, rommel den Henschi Rommel den Henschi Wirst du lieber den hier haben? Warte mal, ich muss den Abattacken ändern Ja 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 Every machine is operated manually When it comes to changing basic functions or requires a question 1st Sector 1st Sector, so wie wir jetzt mal gleich zuhören 3, 5, 4 1, 1, 2, 3, 5, 4 2nd Sector 3, 4, 6 5, 6, 1, 3 3rd Sector 5, 6, 1, 2, 3 5, 6, 1, 2, 3 5, 6, 1, 3 5, 6, 1, 3 5, 6, 1, 3 5 hast du schon Ja? Nein Wollte ich flabrum? Nein Ich hab 5, oder 6? 6 1, 3 oder? vielleicht dann auch jetzt gleich ist mir nicht ok 1 war es nicht oder ich hasse dass die jetzt schon da seid gebraucht wir machen es mal in die mitte dann hören wir es besser von allen seiten ja jetzt vorspulen bitte vorspulen hey danni na alles gut bei dir schön dass du reinschaust ich hoffe du hast einen spannenden abend müssen wir gleich zuhören bei dem scheiß code wenn du bock hast kannst du noch gleich rein wir sind halt noch mittendrin jetzt in der welt jetzt muss ich zuhören ja jetzt da ist jetzt brauchen wir den scheiß nicht mehr gott sei lang ja noch eine taschenlampe ich habe es gesehen ja das ist nicht böse gemeint aber komplett schwarz wie geht es lang ja ok jetzt weiter nur wenn man ihn komplett anleucht nicht hier einmal am dach hier oder ne doch nicht ist zu und was hast du hier hast du gesehen hier hier nein suche wir sind auf dem richtigen weg würde ich behaupten ok erstmal riss hier warum ist der torner weg weißt du nicht ich hab ne tür gehört ich hab ne tür gehört ich hab ne fucking tür gehört nur ein trappel 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 hier ist nur bei oh gott weil dann zwei Dinge muss da ach nicht doch 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 ich doch fast fliegen vom dann sie hat 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 Batterien! Hinschlechtiges Wein. Schaut mich! Die Tübel abgibt mich jetzt schön auf den Sack! Die Tübel abgibt mich jetzt schön auf den Sack, sag ich dir. Wir müssen rüber gehen. Die Donne, da ich schon. Oh, schädel schädel! Hinten. Was tut ihr mit den Schädel? Bei mir ist sie ein Schädel. Ich sehe gar nichts. Ich höre irgendwelche Sklaver. Sklaver? Nein, Sklaver. Tür rüber oder was? Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Ich denke, wir sind immer am selben Ort. Und Dani? Wir sind zwar im Discord bei mir. Wenn du willst, kannst du doch einfach reinjoinen. Aber wir sind halt gerade selber alle gemutet, ne? Und ja, gibt's halt noch nichts. Ich muss sich Dinge merken. Ein bisschen um ihren Tier herunterkommen. Ich denke, wir sind immer am selben Ort. Warte, wir müssen los. Die Tür geht auf, die Tür geht auf. Los, 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 los. Hier ist Knochen. In der Mitte, ja. Ob es zugeht oder irgendwas. Jolo! Jolo! Oh Gott, Alter, ich sehe nur den Arsch, Alter. Es gibt zwei Schalter hier. Wir müssen gleichzeitig drücken, oder? Ne, kann ich nicht. Ich kann gar keinen. Ja, ich bin so ein richtiger Nachläufer, ey. Mensch, die kleine Klette. Tobi ist da zugekommen. Oh, hier kann man aufmachen. Der Tobi ist da. Ich bin so der Nachläufer, der... Oh, warte mal, hier ist in der Mode. Oh, warte mal, hier ist in der Mode. Ja, gut gemacht. Haben wir den... Den nutzen? Haben wir für viele Dinge benutzen. Oh, okay, Leute. Dann wieder erhofft dazu sein. Äh? 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 Äh, 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 gipp! müssen wir zurück oder euch was hier ok hat drei gefunden schon das ist vielleicht irgendwo was anderes hier ja hier oder muss ja hier passiert sein doch den tod leute ich kenne die lösung hier glaube ich die lösung hier kannst du nicht wirklich sterben du kannst hier die wurde springt aber ja das kann auch ja ich weiß ich weiß wir können zum teilen werden ich habe mich angeschrieben an die an die party war das party war es der party schreibt mich einfach ein du war der johle zurück dunkle das geil ist wo wie es jetzt am anfang ohne taschenlampe hier vielleicht henschi soll mal aus dem titan vollfiber raus es wird kein titan geben für ihn der mussten mehr trainieren ja weil ihr sagt für den henschi gibt es geteilt warum ich will nur ein titan werden richtig das ist immer mr krabs na 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 is doch muss doch ich denke mal das muss da schon hier das kann ja eigentlich nur hier irgendwo weitergehen allerdings ist tobi ist gar nicht ihr ding ist sie gerade tobi ist gar nicht geld 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 kraft und stehe auf geld ja sowas von warte ja 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 ich sagte wir sind blind so blind wo sind die schon wieder hin leute hallo seid ihr hallo ich habe es gefunden wo es lang geht ich habe es gesagt da dem raum da wo man wirklich drin war als letztes da ging es auch weiter ich gesagt habe die sind da wo du nicht bist nämlich woanders ja ich habe sie schon gefunden die mit einem komischen dinger aus meinem gesicht ja das war klar dass sie das gefällt ich habe mir noch was zum abspielen was erzählen so schön ist ist das ist ein das ist das ist das ist das ist Tobi sendet uns ein voice call aber nicht mit dem oder er hat schon aufgehört wahrscheinlich unwichtig nur dass die kamera das ist irgendwie verwenden kannst dein licht würde nach hinten schallen ich muss die hand ja so hoch halten den haben sie augen ausgekrabbelt ausgemacht weil er fünf euro gestohlen hat ok deswegen ist der schild so verschwunden ich war die ganze zeit der hacker Tobi noch in der welt ja weggehen einfach eine andere Welt suchen wir laden gleich Tobi ja ich habe portal gesetzt 2 von 10 du hast keinen bock mit mitzumachen oder was genügst dich beim zuschauen um mich zu nerven hey Tori ich komme jetzt auch in VR Chat Plus oh geil let's go let's go VR Chat Plus hört sich so versaut an dann lade ich mal die Tobi dann komme ich halt in VR Chat USK 18 Plus rein USK 18 Plus warte mal mit der leuchtigen ich will King HKK mit dem ich möchte nee sag das nicht wer hat er das nicht ne der und hier dufeln knopfen ah Tobi Tobi äh Tobi dein avatar ist nicht unbedingt stream freundlich ich mach gar nix nein nein nur am hauptmeiler ich weiß Tobi sein avatar ist nicht gerade sehr stream freundlich ich weiß Tobi kannst du mal den Charakter wechseln ja sehr sass warum bin ich komplett schwach weiss ich nicht oh Gott oh das muss du von deswegen sieht das war das blick aus so das hast du davon ich merke schon oh ey das ist sehr schön dich in Wahrheit ins Sieg zu finden ich weiß net ich finde aber Lolli irgendwie voll klein ey die ist ja auch ziemlich klein ich weiß nicht so von der aus von der aus von der Aussicht her sieht Lolli voll langsam voll klein aus wir müssen den pläts ausmachen der karakter 0,0 und party will an eventuell der leuchtet aber auch bei mir siehst du aber ich glaube ein bisschen das einzige was bei dem charakter leuchtet sind meine augen wer will sich als erstes verstecken also hier macht man normalen charakter würde von der normalen größe ungefähr die große verlicht norma keller ist in ordnung das einzige was bei dir leuchtet ist die heizkette von hinten hinten leuchtest du halt auch ja das gut immer am besten wieder toga die leuchtet doch nicht wenn ich suche mach ich den hier wenn ich suche mach ich den hier das geil ist ich muss bedo tassen drücken lassen wenn du toga nimmst die leuchtet doch nicht das blatt leuchtet darf ich den hier nehmen und der schweggelgold kommt der schweggelgold schweggelgold hallo halt stopp halt stopp was was nicht zu tun was was warum warum ja lass dich ich habe gesagt ich habe gesagt hast du keine wahl komm her da hast du eine sackkasse klatsch 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 ja ich weiß noch dass du da oben bist okay ich mache auch schnell leute die namen ausmachen wieder da bist du schreck schreck ist das mini schrecken da kriegst du einen schreck ist was ich machen kann ist was ich machen kann oh gott die beleuchtung von dem charakter ist richtig seine fähigkeit ich sehe gar nichts schwarze schwarz ist es krass und noch so alles ja alles doch das alles doch keine das hast du du hast du kommst das stäbchen du läufst es doch schön im dunkel typ das ist ein komischer typ weiß nur was du meinst ja genau du siehst so durch du siehst so durch du bist richtig durch du bist richtig wenn man von diesem charakter den charakter erklären wollte das war ein purer Alkoholiker und depressiv ja ich weiß richtig ich lad meine Henshi wieder ein ich kann nicht gar nicht ach nee echt ja der sucht durch das Licht das nur der Henshi jetzt mal kommen was du was macht denn der Typ kriegst du jetzt gerade durch ich geh jetzt ganz lang ich weiß nicht ich krieg die überall ich geh irgendwo durch die Welt 0,87 ist die groß ja ich kann den ohren massieren höchenspiel äh ray das gerade eben hat ein bisschen komisch ausgesehen oh Gott alter ich seh das nicht so krass wie der ray äh nicht so krass wie der Tori ja das ist richtig cancer was ist das hier? ja das ist dein boner ja das komische Ding Dong wo bist du Dori wo bist du Dori wo bist du Dori wo bist du Dori ich bin da alter alter ich bin da kreuzweise und der Henshi lässt die Zeit der Henshi lässt die Zeit weißt du das habe ich noch und dann äh ich bin schon blind habe ich dich schon blind gemacht alter ich steche dir gleich die Augen aus nein 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 äh 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 du bist zwei Wander wenn du seitwärts laufst sieht es ganz komisch aus äh du hast du Doppelgänger äh du bist denn irgendwie in der Textur drin kann das sein Doppelgänger Bruder Bruder wir verstecken uns zusammen Bruder wir verstecken uns zusammen Henshi will nicht du hast einen geilen Innenkopf ey du hast einen geilen Innenkopf Henshi will einfach nicht ne ne ja überhaupt würde ich nur sagen wenn er jetzt gleich kommt dann starten wir schon mal eine Runde ohne den Henshi wenn sie jetzt die Welt äh ähm ja sie hat das schon wieder also der ist gerade in der Genshinwelt und guckt sich die Avatar an alles klar ich sehe jetzt die ganze Zeit wie es wächst was denn hast du aber kann ich mal pupsen oder was warte mal du bist ein Sticktier oder was das ist doch ich würde mir eine Waffe halten ich würde mir eine Waffe halten ja ne ich sehe es ich sehe es die Scope fehlt nur noch wir gehen in den Krieg wir gehen in den Krieg so so wer würde als erstes suchen mir egal vielleicht ich kommt der jetzt endlich mal kommt der jetzt endlich mal also jetzt ist der Song Lee äh irgendjemand hat jetzt gerade Haidas gesch- ich suche äh jetzt suchen wir beide rüber versteck dich rüber versteck dich ha 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 hätte ich oder nicht einer Status rett dich rett dich go man go 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 yes ha ha gerade kommt er weißt du und jetzt da kann man gucken ja das acht jahr mit zeit sich jetzt mal spannend stein stein ich hab's gesehen die blaster habe ich gesehen weil ich meine ja an die großen buch weil ich ein tschüss bleibt wenn es dir die zeit dran auf die fund ok hallo hallo Anton wäre ganz cool acak wie schnell hallo u der händler zieht die welt verpackt oder was was passiert hier ich raus die was ja 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 heute irgendwas hat gerade hin ja und ich weiß nicht ob der händchen reingekommen ich habe was knarzen können aber ich konnte irgendwie nicht raus ich bin heute doch wieder mal reingegangen aber ich muss ja noch mal zurück die lobby bitte schon wieder in das ding sicher dass die greifen irgendwie hat er was geknarrt so was aufgegangen wäre aber es ist nicht passiert wie ich mal keine ahnung was gerade los war wie kann man nur respawn da kannst du mal direkt aus der fresse halten einfach go home nein ich go home respawn den 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 charakter kann ich den den charakter kann ich nicht zu benutzen verstecken der so macht die drogen wenn ich bist du hast den kerl der nicht leuchtet ihr wisst was ich denke er ist reingekommen das ist was ich mir gedacht habe was passiert ist wenn sie ist reingekommen als wir startet haben also ist die welt vorhanden als man über den kern so aufhören oder würde ich sagen probieren wir es noch mal dann wir probieren es noch mal hat weil mache ich das ding ist also ich sehe ich sehe ich da sind dort zweet da fehlt noch welche da ist noch immer und da sind sie alle jetzt kommt rettig ich hätte ich bitte knaft man sollte verkehrt man das ist einfach nur darstellt und sprachen jetzt erzeug doch mal draufbein doch doch jetzt erzeugt es noch mal drauf so ich kann Ich kann schummeln, ich kann schummeln, man. Ich habe mehr Reife weiter, wenn ich das hingewiesen weiß. Oh. oft war klopft gleich die schulter hallo ich kann dich hören ich habe hier ein hübsches geschenk für dich es ist sehr lang und scharf würde ich bestimmt freuen oder lasst mich raus hier schweine ich will okay hey okay ruhig hier kannst du rum Ich glaube, wir brauchen mehr Sucher. 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 Wir brauchen mehr Sucher. Ich glaube, wir brauchen mehr Sucher. Wir brauchen mehr Sucher. Ich glaube, wir brauchen mehr Sucher. 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 Warum? Wir brauchen esta Skibit. Wir brauchen eine Spirade. Wir brauchen Meter Lorenzen. Ich lieblich, warum haben wir es richtig? Wir brauchen gejagt ich sehe so hinter mir und dann hat das game ab also dann waren wir auf einmal alle hier also ich habe jetzt geschaut hier bei party den habe ich wohl gesehen und dann ist das spiel gecrasht wie es aussieht da wollen wir dann eine andere welt nehmen ich habe noch mehr weiter vorschlagen aber ich werde etwas fairer machen ja der ist komplett schwarz das ist gut getan hier rein da los jetzt gemacht also party und gleich wieder rennen wir den bockers wir probieren mal andere aus die bisschen hoffentlich stabiler ist ich habe meine richtig alte gehabt das war die sauerkrautheit und sieg war das hat nämlich funktioniert sobald ich mich da hast du richtig unfaire versteckiger kann mich so grob erinnern müssen wir mal gucken das ist ein deutsch sogar eine sauerkraut map ist das wenn sie hat noch gibt ne weil die sauerkraut maps an sich gibt es ja noch das ist sozusagen von die schule ist das von dem was nicht was ich erlebt habe ich weiß ich nicht der unendlichkeit drunter gefallen ach ach das kleine vieh äh ray ray rays pipi machen pipi pipi japan stream offen ich sehe es ja ich will das optimale ist kann man ich bin eigentlich größer als äh nein nicht die sind gleich groß okay schade ja ungefähr nein ist nicht ganz wegen deiner langen haare bist du ein bisschen größer hier der zopf hinten wer jetzt ja der tori ja also auf meiner sicht ne ja ich weiß ja nicht auf deiner sicht bist du ein bisschen größer wegen deiner langen haare hinten warte wie groß bist du tori äh ich kann gucken was auge sagt was wenn 1 6 und 6 ins 65 was 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 ist was 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 ich ganz schüchtern ich habe noch was an ich bin nicht nackt ich würde sagen wir machen erst mal um die um die weil wir nicht wissen wie groß die mappes wollen wir erst mal zwitsiegers machen ja weil der bei innen habe ich festgestellt das ist ja echt heftig da können wir erst mal gucken wie groß ungefähr und alle mensch 2 meter 35 2 meter 35 bin ich merke ich merke ich merke gut zu treffen ich glaube ich glaube fische siehst so aus als ob sie sehr illuminierend ist das sollte eine leuchtfaktor ist keine ahnung ich leuchtet viel genommen weil ich einfach mal kreis hier zwei da würde ich sagen ich habe von ihr welches genommen wird ihr wenn sie und wenn wollt ihr suchen wir verstecken und war alles klar bei dir da unten wollen wir es gibt taschenlampen habe die flaschenlampe brauchen sie steht da flaschenlampe flaschenlampe durch den hinterland also was hast du für den arsch man das ist wie wassermelonen das party mit super wo ist party ich muss leider ein stream pausieren weil ich sehe dass er killer ist deswegen ich habe ich habe mir exo du musst ja nicht hingucken hat es ja minimieren aber sie ist trotzdem du guckst auto ja ich gucke automatisch sowieso nach links kannst du ja minimieren hat kein bock oder was keine ahnung hat man jetzt oh gott ist es dunkel gut weiter die katze springen Oh oh, oh oh. Oh oh. Du musst mich mit der Acker mit den Dix treffen. Oh Gott, du bist direkt. Ich bin schon in dir. Fuck. Es steht wie wenn ich in dir bin? Weiß ich dich. Lauf einfach. Ich bin immer schneller als du. Echt? Warte mal, ich bleib mal stehen. Oh jetzt. Oh Gott. Ja, er ist schon zu spät. Der Müllohr. Was? Was? Das Meeresqueen? Ah ja. Hey, wer ist ein Neisturm? Okay, aber die Map ist wesentlich kleiner. Ich hab hier von oben und beobachte, wie Ray hat diese Treppen hoch und da hoch und da hoch und da hoch und da gelaufen ist. Das ist doch schon vorbei. Back in der Lobby, oder? Ja. Ist doch schon vorbei. Warte mal. Ray, kannst du mich hören? Ja, ich kann nicht hören. Es ist schon vorbei. Ihr habt uns schon alle gefunden, weil irgendwas... Adi hat ja nur zugeguckt. Okay, okay. Also mal respawn. Wir gucken hoch mal. Ey, mal. Warte mal. Ja, äh. Einmal respawn bitte. Nö. Warum? Auf Tobi wahrscheinlich. Warte, wen hab ich erwischt? Äh. Die Map ist... Du... Was machst denn du? War mein Char vielleicht zu klein? Hallo. Wies nicht, aber du hast mich dann erwischt. Alter, das ist das Schwengelgold. Erstmal nur mit dem Kopf und guck da aus der Karte raus, weißt du. Äh, Tobi hab ich dich erwischt? Jaaa. Ist ja. Immer noch. Mit der Taschenlampe ist so scheiße. Wie fandest du meinen Gesang? Glaublich, ja? Also, ich glaub meine Zuschauer werden automatisch alle gegangen. Hätten nur die Zuschauer. Äh, äh. Weißt du, warum du schneller warst als ich, Ray? Weil ich noch gehockt hab. Weil ich noch im Hocken war. Ja, Problem. Ich hab nicht verstanden, warum ich dich liegste. Warum ich dich nicht treffen konnte, bis du halt genau in meine Sente reingelaufen bist. Kannst du nicht sagen. Ich bin ja stehen geblieben. Eine Oktawe. Höher. Du musst die Lisetten einmal weg. Eine Oktawe. Ja. Ich hab... Das hat so viel Spaß gemacht. Hä? Ich bin kein Master? Auffällig schwarz-weiß. Kann ihr immer probieren? Der erste vielleicht der Reine. Kann man jeder auf Master-Oni drücken? Ach, keine Ahnung. Jetzt ok, Henshi muss man machen. Ja, wirklich. So, dann geh ich jetzt mal jagen. Aber ich würde mal sagen, die Map ist ziemlich klein. Erinnern nur jagen, oder? Also macht euch mal rüber da. Los, hopp, hopp, hopp. Ja, einer würde reichen. Ja, deswegen. Los, komm. Heiner, Heiner, Heiner. Hopp, 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 hopp. Wer soll ich denn sein? Wer soll ich denn sein? Nein. Wer steckt nun? Ich brauche doch. Wer wechselt überhaupt dann? Oh, was hab ich denn? Alter, so noch Riesen-Sense mal. Go below. Check auch nicht. Ok. Wer will. Ok. hallo leute seid ihr bereit nicht vorgelt dadurch gucken durch die tür platzen alle leute wo seid ihr aber die map ist wesentlich die versteckenden nur einziger das seien es gerade nicht funktioniert es sieht so aus ob ihr habt ihr wort auf verstecken gespielt haben sie mir einfach die sense wenn wir die sense geklaut was weg ein 5 auch Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ey, was denn du hier? Das ist nur noch... Ich... Nee, zwei sind noch... Oh, ist hier... Nein. Ich... 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 Das Ding... Hä? Hat er abgeklappert? Ich... 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 Du bist viermal an mir vorbeigelaufen. Das nervt. Ja, viermal! Das... Sehr froh. Bei mir dreimal und ich wollte irgendwas sagen. Okay. So seid ihr. Aber ich sag mal... Du hast ein letztes gefunden. Du hast ein letztes gefunden. Hm? Na, aber wirklich genau. Das... Das... Ey, aber mein Versteck war geil, oder? Ja, war nicht schlecht. Anni, hab ich dich als erstes erwischt? Nein, es war eh... Ach, du warst du... Ich hab dich durch die Wand gesehen. Ich hab da... Da war nämlich eine Taschenlampe, die einfach in der Luft hing. Da dachte ich, Mensch, da musst du doch eh in einer Nähe sein. Und dann seh ich nur noch, wie du da durch die Wand mit deinen Beinen durchkam durch die Wand. Ach ja, das ist auch eine wichtige Frage, Tori. Hä? Tori? Das ist auch eine wichtige Frage. Hast du meine Taschenlampe? Ja, die hab ich gefunden. Ja, du hast die verloren! Ah, hä? Nein. Nein, äh... Da wo ich war am Ende. Sei leise mal kurz. Da wo ich war am Ende. Äh... Hast du da ne Taschenlampe gesehen? Du bist so ziemlich in der Nähe Charlotte? Ich war die Taschenlampe. Ich weiß nicht, aber bei mir hast du den Kater, Warum seid ihr alles so laut? Tori ist der einzige Kater der normal redet. Woll mal resetten? Hä? Hä? Hä, mal resetten. Hä,el. jetzt glaube ich engster luca und zu zweit also zweit ist okay du hast ja am ende eine person hier war ich ja ja ich habe ich habe bei dir war eine tasche hier war hier warst du toby aber ich hoffe ich Run. 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 brutal einer renner renner dann guckt uns jetzt ein scary base an kann ich kann nicht scheiden das ding ist er fett ist richtig fett das ding ist ja richtig heftig das ding ist ja richtig fett das ist gut ich hatte gut in der verbindung das probleme gab so viel so viel achte der jurik was ist das zwar season 2 es gibt nur eine erste aber ja ich versuche deswegen gucken wir uns jetzt erstmal die 2 ich würde mich Punkte kosten oder nicht ich weiß nicht welche falsch Nein, du bist nicht falsch. Oh, Hate Recommendation. Nice. Mace has Hate Limit of 3m. Okay, lower than Recommendation. Ich hab's grad gesehen in deinem Stream. Bei mir hat's grad geladen. Du so... Ich hoffe... Ich hoffe... Das steht doch da. Kleiner ist nicht so schlimm. Ja, 3m, ne? Hike Limit of 3m. Ich bin nur gespannt. 3m? Web ist ja über 300mb groß. Ja. Bist du größer als die Tür? Bei dir ladest du irgendwie gar nicht. Do not lead others. Don't spoil anything. Ich hab eh geplant. Das sind noch knapp 4m. Pento. Das ist... Ja, 3m. Schwengelgold ist rein. Der hier ist... Nee, der ist fast 4m. Hey, der Henshi ist auch da! Komm! Komm! Fahrstuhl! Ah, das ist ein riesiges Ding, ne? Das ist genau 2m. Hä? Das ist genau 2m. So, äh... Races sound effects up to at least 80. Okay, ich hab 70. Das ist ein Maze. Äh, das ist ein Maze. Wir müssen halt kommen. First time playing the Maze enable hints. Hints? Wo steht das mit den Hints? Continue? Aber... Jumpscares gibt's. Chaser? Oh, du ist erfolgt auf Watchers. Ich liebe deinen Namen. Irgendwo anschalten? Oh, da ist es automatisch an. Ey, sag mal! Geilt euch hier erstmal an. Robotyp hier. Ich würde sagen, wir legen mal los, ne? Alter, was? Oh Gott, Hilfe! Hör, warte, warte, warte! Oh, zu, ne? This game contains sudden intense sounds horror and strong images. It is not appropriate. Ja, das ist definitiv auch nicht appropriate! Der ist einfach 1.90. Käse, Käse, Käse! Von dem großen Charakter hab ich noch nie gespielt. Viewer discretion is advice. Also, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los, ne? Hallo, Schätzi! Hallo! Oh, hier haben wir... Oh Gott! Very cool. Ah, Udo. Bei mir ruckelt's gar nicht. Ganz kurz nur. Koting, du musst auf Koting drücken. Yidoo! Oh, hier, guck mal, Season 2. Pacers, ja. Tschüss! Oh, lass uns erstmal hier umgucken wegen der... Hä? Ja, die Kids. Hier ist das Spiel wahrscheinlich. Ja, hier Start. Ja, das ist der Start. Oh, warte mal wegen den Tipps und so. Warum ist der Meister? Ey, Tori. Sieh doch nicht weiter als erstes reinwäst. Jo, was hast du? Master. Weißt du, wo ich ihn gehöre? Die Robos? In den Müll. Warte, wir starten! Warte, erstmal noch! Ach, hier! Da ist ein Pettagramm auf dem Boden! Hä? Fall of fame? Fall of fame? Ja, weil ich so fame bin. Ja, ich merke schon, was auf alles. Hangout Area. Uniavailable for finished smace. PIP Area. Jetzt geht's los. Äh, Leute. Ja? Drück mal kurz auf E. Drück mal auf E. Hä? Ich hab eh kein E. Vergessen? Ich hab, ich hab ne Taschenlappe. Hat der auch ne Taschenlappe? Oh, jo. Ich hab eh. Drück mal E. Ich hab kein E. Geil. Ach, praktisch geil. Hey. Pech, Dodi. Du bist eigentlich immer eine Taschenlappe bei uns. Ach, guck mal. Da steht Run. Oben links. Run. Du 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 du. Was verändert? boo hinst des abelt, woch mal hin ist mit alltid. Und woran? In gourmet unten. Da wort breit ist ist das Hinz dis able steht ob? Gotta auch nicht drauf microses kann ich nicht öffnen die kann ich nicht öffnen. Aber ich kann die irgendwie so permettig. Ach,��� Adele. ein bisschen heller für mich wenn ich keine taschen bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir minus 2 plus 1 richtig optimal ich hab mein eigenes leben offen ich weiß wie er aussieht ich bin auf switch ich guck mein stream dazu ich hab mein zweifeltschung hier verloren ich hab mein zweifeltschung hier verloren oh lagerfeuer oh cool lagerfeuer ist mein oh cool KILL ALL geil Spray hier ist mein Spray hier das Spray mit der Henshi wie gesagt tipps da können wir tipps kann ich eh nicht an machen deswegen auch immer ja ich auch nicht oder würde ich sagen wir legen wir mal los let's go want to enable hints ah yes yes jetzt können wirs anmachen yes set up your maze experience normal ja ich würd sagen wir fangen mit normal an ja guck du du das reicht jetzt wow es gibt zwei Fahrer wir können uns jetzt schon entscheiden mit zwei Fahrern oh ist das dunkel ist das auch dunkel ja wir müssen die finden weiß ich stück muss man sammeln habe sie eingesammelt ich bin nur dem fahrt gegangen wobei gegangen ist ich glaube wir rennen wieder zurück wir rennen wieder zurück oder ja wir sollen wieder zurück ja 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 oh gott oh noch was grünes aber ja schon waren wir schon ja gibt's ja gibt's es gibt auch aggressiv falle 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 aufpassen hä ist sie gar nichts unter uns unter uns wie unten rein genau jetzt nach vorne ich seh die dich mal das war zeichen ha keep an eye out for the kid hallo keep an eye out for the kid with the yellow code he sits on the top of the world he will warn you if you are b dead end game oh god ein Kind ein Kind sitzt oben ein Kind sitzt oben auf der Wand und wenn das Wort in der Nähe ist ich hab diesmal so gehofft ich hab diesmal so gehofft ich hab diesmal so gehofft ja geht's weiter hä was oh god das ist ein Tiltyp das ist ein Tiltyp mit der den den der des der die der der ein avatar ein bisschen licht und zumindest ich hab ich dann ja so nicht nicht für die tasche lampe dass ich ein bisschen was sicher gar nichts oh gott da rennt doch nicht mehr und warte mal hier gibt es auch noch einen eingang da der clown waren jetzt im kreis oder nicht es geht immer mehr mit dem over pick the wrong way war so ein dead end oder was schon dass ihr klauen mann ich komme das hat mir das war mir er lacht nicht hinten war ich noch nicht was der typ der typ war zeichen take a look at jigsaws eyes before you try to pass him whenever the eyes are red that's when he will attack you okay nice jigsaw der schweinchen am ende aber schon mal gesehen jetzt 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 muss gucken ob die augen leuchten händchen muss ein schicksal vorbei Hey, Hetchy! Hetchy, ich hab Bock. Oh oh. Hoppchen. Ebelwinde. Oh oh oh. Hetchy nicht so... ...star am Kiebel. Teddybär! Der Teddybär hat mich gekreilt! Der fette Teddybär, Mann! Der fette Teddybär! Der fette Teddybär, Mann! Zurück zu Jigsaw. Jigsaw muss man vorbei. Wurde gerade von dem Teddybär gefressen, Mann! Ey, du musstest jetzt mit mir kommen müssen. Ich muss an Jigsaw vorbei. Hier mussten wir rein, richtig. Ja. Hier war ein Jigsaw, genau. So. Die Augen leuchten. Hetchy? Komm! Jetzt. So! Pass auf, pass auf! Oh, hast du... Du hast glatt Glück gehabt. Du wärst fast drauf gegangen. Du wärst fast drauf gegangen. Oh Gott! Alter. Oh, das ist ne Follow. Hä? Wo? Hier. Hä? Ja, da ist bei mir nix. Weiter vorn. Ich seh da. Äh. Ah, lol. Da, da, da. Da bist du langsamer. Okay, du bist... Lol. Nicht gesehen. Ach, wenn du verfolgt wirst, wirst du langsamer. Irgendwie kriegen die Viecher mich trotzdem. Pokémon bei dir an. Wird es mir nix kaufen. Oh, kurz. Verraschung. Was noch? Ich hoffe es kommt. Das sieht mir aus. Ich will die Wann mal hier. Irgendwo kam hier Teddybär. Oh, hier. Was soll ich? Ich bin wieder gelandet. Oh? Äh, G? Das ist Bagdaza. Der geht in Minwasa. Boah. Boah, jetzt komm ich wieder. Wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind im Kreis gelaufen. Leute, warte aber, hier ist die Falle. Ach ja, stimmt. Wir sind im Kreis gelaufen, what? Ich glaub das nicht mehr gerafft, dass wir im Kreis gelaufen sind. Ich hab ne Wudepuppe gesehen. Ja, einsammeln. Einsammeln, die Puppen. Ja komm, ich weiß nicht. Wir sind hier erst nach da gelaufen. Ah, hier gehts dann im Kreis. Wir müssen in die Richtung dann. Ah, Knappe! Oh, was ist das? You've unlocked the marker. I use it to mark you. Wo ist der marker? Wo ist der marker? Siehst du hin? Kannst du irgendwas machen? Kannst du nichts machen? Also nichts mit marker hier. Kannst du das Menü öffnen? Warte mal, du hast gerade was in der Hand, oder? Nee, das war ein Schribsel. Oh Gott. So viel zu markieren, ey. Wir müssen an dem, wo der Affe war vorbei. Ist wieder eine Falle. Ist wieder eine fucking Falle. Ist wieder eine fucking Falle. Oh Gott. Kann ja bloß in die Hose gehen, hä? Weiter. Auch gibt es eine Sackgasse. Wir sind in der Sackgasse. Offiziell jetzt. Wieder zurück bis zur Falle. Das ist sicher nicht schlecht, aber ich sag mal. Hier hätten wir eine Möglichkeit. Oh Gott. Wir sind mal weiter drauf gegangen. Das gibt es doch nicht, Mann. Das gibt es doch nicht, Mann. Vier mal verreckt. Vier Püppchen habe ich. Ich auch. Immer wenn du verreckt bin ich. Naja, du bist doch genau da. Ich bin Freddy reingerannt. Aber irgendwie macht das, äh, macht die Bob keine Laune, oder? Hm? Ich bin mir auch nicht. Ich spunk mal rare an. Ray? Ja? Wo seid ihr denn? Weil ich finde irgendwie, wie sie macht die euch Spaß. Geht? Ich glaube, das mit einem Stift durch die Gegend und merkt, wo ich bin. Ja, weil wir können den Stift nicht benutzen. So. Ich habe auch Marker freigeschalten, aber ich kann halt alles nicht benutzen. Ja, oder, oder, ihr folgt mich einfach hier, weil ich finde, oder so. Ich hatte mal, ich mache, ich mache, dann mache ich mich wieder Dings hier. Ja. So. Weil ich habe den Marker irgendwie, ich habe schon ein paar Seiten markiert. Ja, ja, ich habe ja auch freigeschalten, aber, aber ich kann halt nichts machen, ne? Das ist ja gar nicht auf meine eigene Taschenlampe rausgeholt. Let's go! Geppfisch hinterher! Jetzt gekommen! Was wüsste dann ist? Was wüsste dann ist? Was wüsste dann ist? Ich bin gestorben, ich bin gestorben, weil es Lenderman hinter mir war und eine riesen fette Wand. Ich bin eben in Freddy. Welche Weg du erst? Wüsste ich doch nicht. Was ist die Marker? Geh mal die. Ja, die, 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 die Farbe geht nicht weg, die Farbe bleibt. Okay. Ich kann einige da Linie durchziehen. Okay. Da geht es nur mal rum, aber okay. Das zweite Mal, dass ich jetzt in die Falle reinziehte. Ich bin doch noch kein einziges Mal. Nur wo Henschi gesagt hat, da hast du eine Falle oder hast du sie nicht gesehen? Und dann, jetzt so wesentlich wie sie aussehen, das sind ja die vom Trapper, die fallen. Von Dead by Daylight sind das ja. Nix. Habt ihr mehr Voodoo Puppen gefunden? Ja, oh Gott. Da kannst du, deswegen. Da kannst du, gibt diesen komischen Ton an. Aber wenn so ein komischer Ton kommt, dann ist der Kasse. Geh mal hirn lang dann. Ceach, Geach, Geach, Geach. Das sieht doch nach Sequenz aus. das geiles und fetter teddy habe ich auch erst geschnuzzelt so nackter typ mit der wand was du in der wahl der wand hier gibt es gerade hier bin ich was du in der wand alles gesehen habe gerade so viel scheiß gesehen ich bin ausgeglichen ich bin ausgeglichen ich habe den pyramiden gesicht gesehen ich habe einen geist verfolgt und zu telly auch alles wird am ende und so verlassen schon das ist die box nicht verstehe ich verstehe was sie bringt oder was sie machen ich kann auch nicht nehmen ich habe es aufgemacht ok ok ich glaube das war ein harmloser chaser der dich nicht killen kann es gibt ja welche diese patrouillieren ok nur durch sich kann sein kann sein ich habe null plan richtig nur klar wo keine linie ist oder wollen wir eine andere match spielen ich mach mal hier ich habe ihn schüttlicher mal 2 blub 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 bord für die 20 franzi lasst du rein schaust und war aber ein paar taste gemacht aber da muss ich glatt war da muss ich gucken warte du kriegst das platz oder besser gesagt ich krieg das partion danke dir in dem dank für das pop hat und bei der way gesagt ich habe die brille auf extra unten sozusagen die belohnung die nur zehn kanalpunkte kostet seit not ist wie seppel wenn du dabei einträgt dann höre ich das auch sozusagen mit sprachbord und ich hoffe lassen entspannten abend ich wechsle ich wechsle mich nicht an ich peitsche dich aus wie in die wir müssen uns hier auf die dinger sogar durchstellen etwas ältere map aber ich glaube i love you but not rally was soll love you but not really das über kreuzweise ich bin doch nicht start klack 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 jetzt die sind ein bisschen anders aus oh gott slide oh no dass das da hier hast du noch geheimgänge das ist die alte welt du hast doch geheimgänge das ist ja hier ist zugeschloss auf gebrochen und das kennt ja gar nicht wer war es jetzt war die was du es war auch dich rein ich habe henschi und luke erschossen da war es luke wo ist das so die gibt es nicht ich muss ja rand was mitschern zu hier ja los das bett man wir sind beide wir sind bei durch die tür gestorben es war der tür durch die tür gestorben nein ich war bei euch ich war bei euch mit dem herm steht du standst du ich habe ich habe ich wollte jetzt hier auf den lukat zu gewahrt an sich ein kompletter und habe ich weiter stochen gleichwertig okay wie die wie die action wenn ich ich muss mir erst mal wieder klarkommen der die alte map eigentlich du kannst sogar die crates gucken ja hier sind so die crates wieso sind wir schon alle tot die rund zu ende bitte ich hab das messer vom detektiv geholt ja ich wollte dich gerade erschießen ich wollte meine waffe runterfallen lassen und dann richtig mit dem messer das mit dem körper nicht komplett scheiße ist du wärst schon tot das geht zu schnell gerade doch ich hätte dich direkt erschossen mann jetzt ist verdetekt tatsache jetzt auch von zubach junge so viel wie du hier öffnen kannst junge ist es irre junge wie oft musst du bitte auf den klou drücken damit du ihn bekommst ja auch im keller eigentlich keller? geht gar nicht ne geht nicht das Auto kannst du auch nicht rein warte aber ne gar nichts nix 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 diese Situation der was wird das tor jetzt fertig ist etwas durch die merck oder was der oma sie durch die märzchen ist scheiße das ist hast du die anderen gesehen okay hey Mega verwirrt. Enchi, wo bist du? Geheim. Was, geheim? Ja. Hier, check. So. Ah, jetzt. Ja, den hab ich im Zoom gesehen. Ich find's so schön. Hört sich auf den Schrank versteckt. Jo. Wollen wir die neueste Map spielen? Ich glaub, das macht sich eher besser, oder? Ja. Tori, wie weit warst du, als ich dich gefragt habe, was du da machst? Ja, weil du oben in der Wand drin warst, du Sau. Ja, ich kann Hocus Pocus Schwindikus machen. Ja, dann bist du da oben, da ist ein wussiges Sau, oder ist deine Waffe oben auf dem Schrank gelandet, wo sie keiner mehr kriegen kann, weißt du? Oh Gott, Alter, geil. Richtig doof war das. Ich würd' sagen, wir gehen in Mörderhaus 4 Marvel Puzzle ab. Wir wollen uns mal in Morgas angucken, aber wir sind nur zu viert, na, Morgas zu viert. Wie geht das? Ein Mörder, durchgehend alle. Ja, ne. Dann war das... Warte mal. Warte mal, das Mörderz, weil ich will... So weiter unten. Mörder 4? Ja genau, ja. Ich will das sehen. der portal hinter die händchen einfach durch die ich dann mit euch dann da kann ich ja wissen wenn ich was was machst du für komische gräuche rein und macht die mucke aus da ta 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 da Das war so schön. ich möchte ihr habt euch gegenseitig umgebracht ich habe einfach daneben geschossen dafür hast du jetzt vier anderen kameraden umgebracht das geile ist ich hab bei mir gleich okay darf ich dir was erzählen luke sagt pein gemacht ihr seid doch doch ich würde mal sagen wir starten mal genau das habe ich mir auch gerade getan oh gott erschreckt mich doch nicht so mann steht ja mit der knarre hinter mir hast natürlich schließt wir nicht zu ist extra die hier kannst du gar nicht zu schließen da die tür drin gesagt schlagen box der küche ich habe das schlagen box der küche geschrieben ach doch mal ich habe dir es gerade groß du hast die müllteint auf dem kopf weißt du das da ist doch garbage ich habe extra zugeschlossener kam der henshi auch von hinten schon habe ich schon geweckt was bist du ich habe eine frage ja doch jetzt darf es bleibt ihr alle zusammen gespawnt ich habe gar nicht wissen hätte ich vertraue dir nicht was ich gerade zu ich lasse oder Das war's. Henshi! Es ist Henshi! Es ist Henshi! Es ist Henshi! Da gibt es einen Speck! Die Schweine! Die Schweine, Mann! Schnappt euch den Henshi, Mann! Der Typ! Weg in life! Ratte, Mann! Ratte! Ja, da bin ich einfach abgestochen! Alle Türen waren zugeschlossen! Alle verfluchten Türen waren zugeschlossen! Das gibt es doch nicht, ey! Das gibt es doch nicht, Mann! Warte, I! Täter, Modul, Völker! Henshi, traut sich nicht mehr! Henshi, trau dich! Ich trau dich, Henshi! Komm! Ich habe ihn doch schon vorher gekillt! Ja, das war, öh, das war mega cool! Alter, deine Reaktionszeiten war gerade... Ich hab mich nicht mal angeguckt! Ich hab gerade bei Henshi das Kamera zugeguckt! Wie einfach hochgesprintet das du hast! Ihr habt NULL reagiert! Weißt du? Weißt du? Weißt du, Rat, was du erzählst? So, hier oben in die Schlange kommt... ... 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 Without ... ... ... ... ... Die ist hier drin? Ich weiß, ich weiß, das wird gleich zugeschlossen. Ach, wer ist es? Ich hoffe, ein paar hat mich gehört. Ich hab's gewusst, ey. Die Ratte, Mann. Ich hoffe, er hat sie gehört. Aber es wird ja eh angezeigt, jetzt. Ey, die Sau, Mann. Ich hab immer das Mörder direkt angegriffen, weil ich glaube, es normal war, wenn man allein ist. War ja zweimal Mörderer. Ne, ne, das hab ich dir an. Ja, Mann. Ja, schön. Du hast gehört, wie oft ich dich getroffen habe. Ne? Nein, hab ich nicht. Ich drück, drück, drück. Nicht passiert, nicht passiert, nicht passiert. Du drückst zweimal, nicht einmal passiert nichts. Und dann das zweite Mal, ey. Wie hab ich getötet? Ey, ey. Ja, das war auch bei mir. Ey, ich würd sagen, wo wir Prison Escape spielen, wo wir Prison Escape, einer gegen drei, das macht doch eher Sinn, als wie wenn wir jetzt hier die ganze Zeit so schnell Runden haben, oder? Ja, ich hab nur gebrüllt. Ich hab nur gehört, so. Ey, Ray hat die Granate. Warte, er hat mich getötet. So, durch geht's, hier. Ah, Gott. Gucken, ob ich die eine jetzt doch wieder einladen muss, weil ich jetzt erst durchrad. Das kann sich auch zu Ende. Drei. Dada. Der hat mich auch wieder vorgegangen. Bäh. Dadadadada. Prison Escape. Drei. Drei. Aus. Lade, 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 lade. Äh. Ah. Willkommen, willkommen. Willkommen. Hey, Hedji. Warum hast du schon gestartet? Bispawn. Warum hat Hedji gestartet? Ja, weiß ich doch nicht. Ich glaub nicht gestartet. Aber jetzt ist die Lobby verbuggt, hä? Okay, toll nicht. Ja, gewonnen. Tschüss. Ja, Hedji kommt erst mal rein und startet instant das Game, weißt du? Ja, geil. Ne, ne, ne. Start automatisch. Start automatisch. Hä? Äh, ja, genau. Ne, das nächste Runde, available, weiter. Ne, ich start dann nicht automatisch. Ja, okay, was heißt, wir gehen noch. Na, Start, gehen, hat er noch drauf gedrückt. Ja, ich kann nur noch ich drücken. Let's go. Ja, ich kann nur noch ich drücken. Yes. Ich kann nur noch ich drücken. Let's go. Komm, hab problem. Mal. The cell doors will open in 30 seconds. The cell doors have been opened. Man. Ja, ich kann nur in 30 seconds. an- Ah, jetzt stopp. Ich spiel die Kassel mit mir selbst. Ich war oben bei dir und hab mir auch die Knarre, ich bin halt durch die Grifte geschafft. Und hab mir die rote Karte geschnappt, weißt du? Und hab mir oben, wo du selbst am Anfang bist, schön erstmal mit der Knarre bedient. Und dann ging's los. Let's go, let's go. Lass dich ablecken lassen, ne? Richtig so. Ich muss ein Lüftung schach. Ich soll nicht hier raus. Lass dich. Ey, das ist Betrug. Ich will ein Lüftung schach. Ich will ein Lüftung schach. Die Karte werden open in 30 Sekunden. Nice. Hey. ich hab doch nicht mal was gemacht ich hab doch nicht mal was gemacht ich war nur verdächtig ich hab nur cash gesammelt war bei 22 punkte ich ebenfalls habe ich einfach geknallt das bis die polis auf seinem knast die macht doch gar nicht gegenseitig an jetzt kann man abschießen ist das geil ist ich war ja nur verdächtig ich hatte keinen lüftungsschacht doch du musst da oben mal gucken die tür für henshi sagt der henshi geh rein henshi geh rein henshi geht rein nein nein nicht alle haben nicht alle haben das ist dafür dass du kannst du auch sonst die wand kaputt unter dem tisch auch mal start ich habe alles durch meine rein die cellen werden in 30 Sekunden die cellen werden in 30 Sekunden die cellen werden in 30 Sekunden Hallo, ich habe auch Rechte. Nein, du bist ein Gefängnis, du hast kein Rechte mehr. Komm her. Bis zurück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja schon fast um 8 Uhr, dann machen wir doch noch Feierabend, oder? Nein, deswegen nicht. Ich habe wieder Kopfsch... Nee, ist ja alles gut. Machen wir nur noch ein bisschen und dann... No! Beep! No! Die Cell Doors will open in 30 Sekunden. Die Cell Doors have been opened. Da ist ein Tori, komm her, komm her! Ja und? Ja und? Ja! Du bist so doof! Ey, Henshi, ich war nicht verdächtig, dass du... Du hättest mich nicht... Du hättest Ray abschießen dürfen, aber nicht mich. Ich war schon wieder nicht mehr so verdächtig. Ich bin aber ein Psychopath! Ich auch! Ja, aber Ray hat das besser gehabt, nicht ich! Es geht weiter! Ah! Ah! Oh, was zast du denn? numerator ной numero chir Doors will open in 30 seconds. Doors will open. I will not. I see you. I see you. I see you, you rat. Come down. No. A bit. The last prisoner is now wanted. Kill them on sight. I see you. 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 Let me out. Let me out. I see you. Let's go. Let's go. I had to go first. I had to go first. The cell doors will open in 30 seconds. The cell doors have been opened. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Die passen gerade. The cell doors will open in 30 seconds. The cell doors have been opened. The shotgun is really powered. The shotgun is really bad, right? My most wanted bin ich gerade. Das ist so geil gerade. Oh, 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 oh. So 10 Minuten. Eh nicht viel. So runterdrehen oder was? Let's go. Let's go. Okay, bin ich die Wache. Pass auf. Ah, bin ich's. Ich hab's gewusst. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. The cell doors will open in 30 seconds. Oh, oh. Oh. The cell doors have been opened. 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 schon wieder wache ich bleibe der schroth ich höre das die stelle geflüchtet ist jetzt muss ich raten wäre vielleicht schon links weggegangen aber ist schon abgelaufen ich bin abgeholt aber du hast wieder zugemacht ich hab alles zugemacht deswegen war es so schwer zugemacht let's go weiter gehts alter und start sinds die wüste die vor ver Oh, help me. The cell doors will open in 30 seconds. The cell doors have been opened. Alert! A prisoner is opening the gate. Oh, help me. The door, to the camera. Catch the screen. See you later on. Breathe, just leave. Also in the background. Walk your bedroom. mother? Alert! The gate has been closed. The gate has been closed. Alert! A prisoner is opening the gate. Alert! The gate has been closed. Alert! The gate has been closed. Alert! The gate has been closed. Alert! 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 NetworkFigler Alt! Alert! alongside ступ Cold! Dart! Hang off! Das war aber so geil die ganze Zeit und die Runde war richtig geil fand ich, oder? Die war aber lustig. Junge, ich saß da drin, hör die ganze Zeit, gate is opening, gate is closing, gate is opening, gate is closing. Fuck, machen die das raus. Junge, wir sind da die ganze Zeit ums Wächter äußern, die ganze Zeit, weißt du, ich hab so durch die Lüfte und Schacht geschafft. War so geil. Ah, ich sagte so, gate is opened, ich guck überall, du bist nirgendwo auf, gate is closing, gate is opening. Alright, was gut, ich muss warten. Ich muss warten ey, das gibt's doch nicht. mein freund was los bin der herr mit der große schrotze ich musste eher nach den anderen typ ist das geil man ich muss gleich heulen dann sehe ich nichts mehr hey ray was ich hab ich hab ich hab die karte nicht mal los alert a prisoner is opening the gate ich hab die karte nicht getroffen der raketenwerfer der raketenwerfer ja genau ich hab noch fast tausend punkte oh ich kann nicht mehr hey hey alles gut bei dir danke viel ich hab keinen weg damit kommen ich sehe schon kann man nicht die Toilette unter spüren lassen das hab ich auch erst gedacht das hab ich auch erst gedacht die karte werden in 30 Sekunden was ich wollte auch erst das klo runter tauchen funktioniert nicht ich werde aber glaube ich mal wenn ich Sollabisch. Koss. Danke, Oshin, Ahti! Was ist los? Seid ihr auch schönartig? Hä? Hä? Was machst du bloß? Ich weiß gar nicht, es wäre noch tot. Ich hab dich gekillt, du hast selbst mal begangen, dadurch hab ich gewonnen. Richtig geil. Das ist lustig. Seid ihr schönartig? Ich öffne so die Tür ruhig nicht rein, hallo. Vor allem, ich hab euch als Wache so ne Crate aufgemacht, so ne Fett und die UMP rausgekriegt. Richtig geil. Boop, 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 boop. Oh Gott. Ich hab wieder so kackraum. Ich hab kackraum, Mann. Verflucht. Let me out. Let me out. Hey Mari. Wollen wir das aber die letzte Runde machen? Warte, was steckt schon wieder ins Gesicht? Oh Gott. Boah, dann machen wir danach halt Feierabend, ne? Boah, Alter. Haha. The cell door will open in 30 seconds. Hey, hör auf zu fliegen bitte. Hey, hier, hier. Bist du? 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 Ja, goe, الب is. Ey, 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 ey. Da freut der war. Dür toi won't die Finger raus. Come her. Come her, we go. The cell doors have been opened. Ciao, akudokst du auch und so. Cash, cash, cash. Nur noch Cash. Ha! Hä? Nice. Hast du die gerade selbst so überbracht, oder was? Der Luca saß da in der Ecke, der Luca saß da in der Ecke und dachte sich, ich dachte, er hätte eine Karte genommen. Das ist natürlich richtig in die Hose gegangen. Also wollen wir noch eine Runde machen, weil das war ja ultra kurz jetzt. Das war jetzt ultra kurz, aber machen wir das jetzt wirklich als die Letzte. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht mehr wache, ey. Ach, verfluchte mal! Fällig. Hey! Hey! Okay. The cell doors will open in 30 seconds. Das war klatschen. Ich weiß nicht, wie es hier ist. The cell doors have been opened. Das war. Ich schätze auf die Kuh. Die klatschen. Ich schätze auf die Kuh. 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 Ich schätze an. O-oye! Kuh! Wie wäre´s denn mit Tobi? A-O Ich live Literally Didi! Es passt doch dann g- warte mal dann oh gott alles bunt alles bunt man so warte mal wo ist meine maus da ist meine maus wo ist der tobi jetzt zeigt es mir gar nicht ein warte mal so jetzt aber da folge ist folge ist dann gehen wir mal rüber zu dann ich würde mal sagen wir beginnen bei unseren raid also schön lieben dank das reingeschaut hat ja was macht ihr denn hier mit mir die weg die weg also dann bringen wir jetzt um tobi ja ja dann man sieht sich dann morgen zur club mit dem lieben danni also 8 uhr also bis dahin die spiele ich spaß beim tobi